Franz Meerstung, seine Kollegen und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach aufregenden Abenteuern in Südostasien ist Franz Meerstung wieder in München. Entschuldigen Sie die Störung, Herr Direktor. Der Büro fragt dann, ob Sie die AWS abstoßen wollen. Sie sind von 82.7 auf 79 gefallen. Weg an die Pisten und alles aus Versicherungsunion. AWS verkaufen, Versicherungsunion kaufen. Also AWS würde ich nie verkaufen. Niemals. Was meinen Sie damit? Was ich damit meine? Ich habe keine. Wenn ich keine habe, kann ich auch keine verkaufen. Ich kann ja auch nicht so weit ab. Und Sie sollen aufpassen, dass Sie diesmal das Zahlungsziel einhalten. Sonst schicke ich Ihnen einen Vollstreckungsbeschluss. Sagen Sie denen das. Sie können es ruhig ein bisschen dramatisch machen, Sie wissen schon. Alles klar. Das ist ja hier wie in einer Börse. Ach, Herr Meerstung. Ja, ja, ist ein bisschen hektisch heute Morgen, aber nehmen Sie doch Platz. Das ist sehr nett, Herr Burks, aber ich wollte jetzt eine Runde im Dampfbad drehen. Da gehören Sie auch hin. Als erfolgreicher Geschäftsmann, Tochterfirma in Thailand, Zweigbetrieb in Holland. Man hört ja eine Menge über International Transport. Komisch, ich höre gar nichts mehr von denen. Und dann diese dynamische Geschäftsführerin. Wo ist denn Ihr Partner Willers? Ja, wo wird der wohl sein? Zunächst mal International Transport ist liquidiert. Und mein Partner ist mit der dynamischen Geschäftsführerin abgehauen nach Italien, rein privat. Und Sie? Ich bin auch rein privat hier. Jetzt will ich erstmal eine kleine Massage nehmen. Da bin ich in Thailand irgendwie nicht zu gekommen. Ja, dann ein bisschen ausspannen, nicht? Die letzten Monate waren sehr anstrengend. Und vor allen Dingen nichts über das Geschäft hören. Da hätte ich was für Sie. Aber ich hoffe, nichts Geschäftliches. Ganz privat. Job. Kommen Sie doch am Sonntag zu mir. Und warum gehen Sie ins Müllersche Volksbad, wenn Sie so ein hübsches Häuschen am See haben? Privates, privat und geschäftes Geschäft. Also, dass ich für Sie über die Grenze fahren soll und auf dem Bauernhof Ihrer Großeltern einen Schatz oder sowas ausgraben und den illegal hierher bringen soll, ist kein Geschäft? Nein, das ist völlig privat. Na, Herr Burks, ich bin Lastwagenfahrer und kein Schatzsucher. Danke, Herr Erwin. Wolltest du nicht noch einen Saunagang machen? Morgen mit mir. Also, wenn Sie mir eine Fuhre nach Polen besorgen, freue ich mich natürlich. Ich kann jeden Job gebrauchen. Bloß keine krummen Sachen. Vergessen Sie das doch einfach. Sie fahren für mich tiefgefrorene Ähnchen nach Polen und holen Gemüse zurück. Er braucht gar nicht zu wissen, worüber wir gesprochen haben. Dann verstehe ich bloß eins nicht. Wenn es wirklich Familienstücke sind, die Ihr Vater bei Kriegsende dort vergraben hat, dann wäre Ihr Sohn doch genau der richtige Mann, die Sachen wieder auszubuddeln. Wissen Sie, wie Reichtum in einer Familie kommt? Nein. Die erste Generation verdient es. Die zweite hält es zusammen. Und die dritte wirft es mit vollen Händen wieder zum Fenster raus. Und mein Sohn ist die dritte Generation. Jetzt habe ich nur noch eine letzte Frage, Herr Burks. Gilt Ihr Angebot nur, wenn ich diese Familienstücke rüberhole? Oder auch dann, wenn ich einfach nur fahre? Das gilt auch, wenn Sie einfach nur fahren. Hey, sag mal, was treibst du dich so lange da drinnen rum? In 48 Stunden sollen wir da sein und eine Stunde ist jetzt schon futsch. Ich habe mir nur noch mal die Strecke angeguckt hier. Ah, die Strecke. Hast du dir mit dem alten Burks zusammen angeguckt, stimmt's? Nee. Da seid ihr drauf gekommen, dass das Rittergut von seiner Großmutter nur 40 Kilometer von unserer Fahrstrecke entfernt ist, stimmt's? Nee. Und du meinst, den kleinen Umweg, den könnten wir uns ruhig leisten. Nee. Da sind die aber geschnitten, das sage ich dir, du. Wie kommst du denn da auf? Und wenn wir beide da hochfahren, dann fahren wir den direkten, geraden Weg da hoch, verstehst du? Ja, was denn sonst? Und die kaputten Silberlöffel von irgendwelchen Leuten graben wir auch nicht aus, diese 45 vergessen haben mitzunehmen. Ja, von was für Löffeln redest du eigentlich? Vergiss es! Das ist wirklich dritte Generation. Ja, was du denn? Ja, was du denn? Ja, was du denn? Musik Das ist Polen. Ja. Sag mal, ist das da der Weg, von dem du gesagt hast, dass er nur 40 Kilometer weit weg von der Villa von der Familie Burgs liegt? Ich habe gar nichts gesagt. Doch, du hast angefangen von den Löffeln und von den Familienschmutz. Jedenfalls habe ich nicht gesagt, dass der Weg da lang geht. Das hast du vielleicht von Herrn Burgs erfahren. Na ja, der hat mir halt erzählt, was ihr so miteinander geredet habt. Dann hat er dir vielleicht auch erzählt, dass ich jetzt rechts rumfahre. Und du auch. Ich finde, da ist gar nichts dabei, wenn wir den Burgs ihren Familienschmuck und ihren Familienbesitz mitnehmen. Ich meine, das haben die damals vergraben, als die fliehen mussten. Das gehört denen, das gehört denen auch heute noch. Wie viel? Das weiß ich nicht, wie viel das wert ist. Nein, ich will wissen, wie viel der Burgs dir dafür angeboten hat. 1000 Mark. 1000 Mark. Soll so eine Art Finderlohn sein, wa? 10 Prozent. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass der Burgs dir freiwillig 10 Prozent anbietet. Der bietet dir keine 3 Prozent an. Und das würde bedeuten, dass der ganze Schatz ein bisschen mehr als 30.000 Mark wert ist. Aber wie ich die geizige Bagage von dem Burgs kenne, ist er mehr als 50.000 Mark wert. Und? Glaubst du immer noch, es ist nichts dabei, so ein wertvolles Zeug schwarz über die Grenze zu karren? Hm. Aber wir können nicht 1000 Mark sausen lassen. Wir können weiterfahren, die Demonstration ist zu Ende. Ja, aber hier... Komm, hör auf, über deinen Familienbesitz zu erzählen. Wir fahren Hühner und holen Gemüse. Nee, wir holen Gemüse und bringen Hühner. Ist mir auch egal. Setz dich jetzt auf dein Pferd. Ja, aber wir können wiederholen Gemüse. Ein Kilo. WDR mediagroup GmbH im Auftrag von WDR Do you know those words? Who's been waiting? She's... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Scheiße! Hey, Kofoi! Hm? Hast du vielleicht was zu verkaufen? Papyrose, Whisky, Pornofilme im Kühlwagen? Warum nicht? Einmal gerade, einmal krumm, Hauptsache Kasse macht klick, klick! Ich suche Nummer 17! Ach so! Du bist den Herrn Sobotta! Na, das ist hier! Was ist mit dir, Kochboy? Wieso, was soll mit mir sein? Na, ich will wissen, wo du krank! Krank? Ja, moja zona! Meine Frau hat beide Nieren kaputt! Und er hat ihr schon geholfen! Er hat ihr schon zwei Jahre Leben geschenkt! Guck mal! Viele Autos! Alle wollen zu ihm! Uwaga! Kommen aus ganz Polen! Sogar aus Tschechoslowakei! Sag mal! Wo hast du seine Adresse bekommen? Ihr Arzt? Arzt? Zahnmobil! Äh, äh! Nix, 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 nix! Ich, ich, ich! Nein! Nicht Arzt! Ingenieur! Er ist ein, äh, Landwirtschaftsingenieur! Äh, die Leute sagen, er ist eine Bio, äh, Bioenergetiker! Er kann Wasser finden! Nur mit Händen, so! Oder Strahlen spüren! Er braucht bloß Hand auf dich legen und schon weißt du, wie du krank! Ich, äh, guter, äh, Kamerad von ihm! Und du hast weit den Weg bis hierher! Und klick, klick! Ja, kostet die großen Scheinchen! Und schon hast du die Visite dabei, du verstehst! Hauptsache, Kasse macht klick, klick! Bucks abweiz! Hey, Kleiner! Hey! Wie heißt du denn? Komm mal her! Hey, Kleiner! Hallo, Kurzer! Pass auf! Was macht das... Warum? Ist das? Hast du in die Bedürfнике? Hey! Anhalten! Gut, dass Sie da sind. Ich finde es überhaupt nicht gut, dass ich da bin. Äh, Sie müssen mich eben hier rausziehen. Ich hab's eilig. Ich hab's noch viel eiliger. Ich muss morgen Stunzka Wohler sein. Für die Firma Burgs. Schon mal gehört? Vergessen Sie das! Bote! Was ist los? Deutsch! Ziehen Sie bitte die Schuhe aus. Ist ja wie in der Moschee hier. Sonst behandelt man sonst nicht. Wenn man sowas anhat, hat man keinen Kontakt mit dem Boden. Die Strahlung kommt von der Erde und dringt durch den ganzen Körper. Erst dann kann man feststellen, woran der Mensch krank ist. Ja, aber ich bin nicht krank. Hätte ich damals solche Stiefel gehabt, hätte ich heute keine Rheuma. Ich war monatelang barfuß auf Nasenbeton eingesperrt. Sind Sie schon seit Kriegsende hier? Zwei Jahre vor Kriegsende. Ich wurde als Zwangsarbeiter hierher verschleppt. Bei der Familie Burgs. Was wollen Sie hier? Ja. Ja, eigentlich sollte ich Grüße von der Familie Burgs bestellen. Und dann hätte ich noch einen Vorschlag. Es handelt sich um Familieneigentum. Angehen Sie dahin, woher Sie gekommen sind. Und die Betanengäste sind hier immer fiesig. Ich kann mich einfach ein bisschen von sehen. Ihr Deutsche, es ist hier nichts mehr zu sehen. Ach, dass du hier wegkommst. Lass dich hier hin. Wiedersehen. Was ist hier passiert? Wiesz, kto go tu przysłał? Jäki Józef Burg. Mensch, beeil dich doch mal ein bisschen. Immer mit der Ruhe. Du machst da extra so lahmarschig rum. Du willst ja bloß nicht, dass ich weiterfahren kann. Ihr zwei wollen doch das Zeugs allein unter den Nagel reißen. Hey! Hektar! Julia! Hey! Hektar! Julia! Halt! Komm her! Komm! So! Schöne Damen und Herren! Kup! 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 Das machst du nicht nochmal. Ja, also das stimmt natürlich nicht mehr. Und das hier, das tun wir ganz schnell weg. Aber der Baum, der muss da sein. Und da stehen noch mehr. Und zwischen den letzten beiden, da ist es. Es gibt keine Apfelbäume mehr. Wieso gibt es keine Apfelbäume mehr? Na, wir haben sie vor Jahren schon alle verheizt. Und da, wo die Apfelbäume waren, stehen die Gewächshäuser. Was ist das für ein Zeck? Ja! Na, dann habt ihr da ein tiefes Fundament gemacht, ne? Und alles ausgegraben. Wir haben nichts gefunden, auch nichts gesucht. Was soll es denn überhaupt sein? Ach, alte Familienstücke. Vor allen Dingen ein Kreuz. Ah, ein Kreuz? Ein Eisernes. Zweiter Klasse. Hat Großvater Burgs, hat das 70 Einsicht, 1918, bekommen. Ja, und jetzt stirbt er dann irgendwann. Und dann möchte er das gerne mitnehmen in seinen Sarg. Na, da arbeiten sie aber für eine langlebige Familie. Oh ja, dritte Generation. Eine Rehrende-Geschichte. Ich will es versuchen. Obwohl ich sowas eigentlich nicht mache. Wissen Sie, ich bin der Ansicht, dass Gold eine Art Energie hat. Gute wie Bese-Energie. Es hängt davon ab, unter welchen Umständen es erworben wurde. Ob rechtmäßig oder unrechtmäßig. Ja, ja, aber wieso Gold? Das sind doch bloß alte Familienerbstücke. Nach allem, was ich über die Familie Burgs weiß, muss es Gold sein. Und zwar unrechtmäßig erworbenes Gold. Ich habe einmal geholfen, verstecktes Gold zu finden. Drei Tage später war der Auftraggeber tot. Und noch in derselben Woche der, der es ihm abjagen wollte. Boah. Das sind doch bloß olle Geschichten. Ja, aber wahre Geschichten. Wenn Sie wollen, können Sie hier graben. Hier muss es sein. Ja, 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 ja. Na, müssen mehrere Reisenkreuze drin sein. Ich gehe zu meinen Kranken zurück. Jetzt, warte doch mal. Ich will dir was geben. Ist da sicher genug drin? Das, was an der Erde steckt, gehört mir nicht. Und schon gar nicht, wenn es unrechtmäßig erworben wurde. Aber warte. Warte. Jetzt nehmen Sie die. Ich glaube, ihr Vater hätte gern. Jetzt tun Sie mir den Gefallen. Na, und Sie? Ich? Ach so, ja. Oh. Manchmal gerade, manchmal krumm. Hauptsache, die Kasse macht klingelingeling. Jetzt. Na, hier. Ich bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Quatsch! Hör ab! Hör auf! Spitz! Ja, Dicker, du bist ein bisschen langsamer. Nicht umdrehen, sonst bleibt's! Und die Folgen hoch! Komm, komm, komm! Mann! Urwärts! Komm, 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 komm! Hey! Äh, Herr, wir können auch zu dritt halbe halbe machen! Der Fred bedankt sich auch. Hey, lass mich raus! Der Fred sollte lieber lernen, dass man in so'n Schlamassel leichter reinkommt, als wieder raus! Halt! 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 Hey, du voller Gump, steh'n! Das ist ein Wahnsinn! Und für das Zeug hättest du dich beinahe mit der Mistgabel abstechen lassen. Wieso? Der Wunderheiler hat gesagt, nach allem, was er von der Familie Burks weiß, ist da Gold drin. Und was hat der Wunderheiler noch gesagt? Habe ich vergessen. Ja. Dass ein unrechtmäßig erworbener Schatz nur Ärger bringt, das ist ja noch nicht mal ein Schatz! Wieso, das, das hier ist Gold! Das kriegst du beim deutschen Trödler für ein paar Pfennig nachgeschmissen! Und das hier ist ein Brillant! Äh, kannst du ja mal merken, ein Brillant ist nie so groß und nie so blau, du Nase! Glaube ich nicht! Mensch, uns hätt doch der Burks nicht so'n Theater gemacht! Ich nehm' das jetzt mit und dann lass' ich das zu Hause überprüfen, blau oder nicht blau! Der Burks, der Burks ist sentimental! Der hat von seiner Tante Erna als Kind einen Serviettenring geschenkt gekriegt und den will er jetzt wieder haben! Ich nehm' das jetzt mit! Du nimmst das nicht mit! Aua! Ich nehm' das doch mit! Du nimmst das nicht mit! Na, 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 na! Da, 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 dam, da, dam, da, dam, da, da! Und es bursch, 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 bursch! Die ringen. Das ist ein Feuer. Ich finde es ja gut, dass Sie mich rausgezogen haben, aber können Sie nicht ein bisschen schneller? Wissen Sie, was bei uns Begräbnis kostet? Du hast nicht genug. Doch. Doch, aber meine Frau ist mir auch viel wert. Ah, Jeff, schwellei, ja, malina. Jetzt enden Sie auf zu singen! Warum? Wenn Sie singen, fahren Sie langsamer! Das Lied ist aber langsam. Ich finde es gut, Sie haben! Ich suche mir jemanden, der schneller die Lieder kennt. Kühlung, Lenkung und alles bis heute Nachmittag. So, Jungs, wir müssen die Kiefer und Kiefer machen heute Abend. Hallo, du, Fräulein, gehst du doch mal aus der Leitung. Ja, Jungs, da waren wir gestern am Wochenende, soll ich da auf D2 einstelltung? Ach, war ganz nett. Und da bin ich heute Morgen losgefahren. Fräulein, was ist denn nun wieder mit der Leitung? Hallo. Ähm, wo fahren Sie denn hin? Nur nach Westen. Gottschenbroder. Ich muss nach Osten. Das ist nicht mein Weg. Ähm, haben Sie keine Valuta? Nichts, nein. Nichts, nein, nein. Ich bin kein Geld. Sie sind kein Geld mehr, ich bin $1. Kannst du nicht? Sie sind kein Geld mehr, ich bin verdammt. Sie werden nicht verdammt. Sie sind es auf die Strache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 8. . Alter, wohl nicht wahr ist, nein. Ähm. Prämanent. 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 Vielleicht fahren wir hinterher und kriegen ihn noch mit dem Rennauto hier. Ja komm, steig ein. Danke. Na ja schon. Hey. Hast du geklaut? Was nicht da ist, kann doch nicht geklaut werden. Ist doch etwas da, was geklaut werden kann. Was denn? Wagenheber. Schlepp mich mal ab. Ja, ich werde versuchen. Schlepp mich mal ab. Was ist denn bei euch so ein Wagenheber? Ja. Pass mal auf, ich mache jetzt meine Fuhre. Und wenn ich zurück komme, ich fahre durch die Gegend hier, dann bringe ich dir den mit. No. Du, da kommst du direkt vorbei an meinem Haus. Ich gebe dir die Adresse. Hey! Hey! Die haben ja alle Papiere geklaut. Wer? Ein Auto ist mir hinterher gefahren, zwei Mann. Hinter mir sind sie auch her gefahren und haben mir den ganzen Lastwagen geklaut. Ja, du hast ihn doch noch. Nee, ich habe ihn wieder, weil ich ihn mir wieder geholt habe. Und deine Papiere kriegen wir auch wieder. Wie willst du denn das machen? Dann muss ich mal grübeln. Dann wissen wir mal um�지. Und dann besser die Ps orientation des 30-L principalmente auf dem Paarland vielmehrer gehören. Baues stetsch. na-IR. Da sertes cauce. Ja? Da, Lightning iss? Imo, du bist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Butter! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Butter! 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 Das war's für mich. Was? Er ist nämlich Cowboy! Ja und ihr seid die Ochsen! Wo sind die Papiere? Tram! 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 Tram, Tram, du! He! An deiner Jackentasche! So! Das ist in Ordnung! Angenehme Weiterfahrt! Bisschen Tage! Ja! Das war's! Nein, nein! Osteres Schmerz! I, Jesus, der... Scheiße! O, Slocke! O, Soushe Ile, Mańsko! Skontaktor! 16 Sekun z Kerst dolphins! Gól, gol! So, ich hab die Öle, kiosk! ...ein Kraft! Drei? 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 Ja, die醫ischen Kitten, w weischenk! Das ist Kapital für Baumaterial. Warte, Waschmaschinen sind Kapital? Ja, Waschmaschinen, Staubsauger, Televisore. Wenn du davon genug hast, kannst du bei uns in Polen ein Haus bauen. Außerdem, meine Frau hat Beziehungen zu Handeln. Sie ist Schuhladenleiterin. Nein, ich brauche noch neue Schuhe, unbedingt. Am besten Stiefel. Kein Problem. Nein? Nein. Hier, Schuhladenleiterin, Privat. Die sind ja geil, du. Was kostet denn hier? 6.000, Slotzi. So viele Slotzi habe ich auf jeden Fall nicht. Aber du hast den Mark. Ich mache Freundschaftspreis, komm, vorhin. 30 Mark. Also, ich finde, der Sozialismus ist echt stark, du. Ist viel besser als der Kapitalismus. Obst du ja nicht da? Ja, jetzt guck dir doch meine Schuhe an. Und ganz billig. Vielleicht billig. Hallo, Marciniak. Ich habe hier so eine Blechbüchse mitgebracht. Kann ich die eine Weile bei dir deponieren? Natürlich. Ja. Das ist ein Tiefkühlfach. Interessant. Das ist ein Tiefkühlfach. Das ist ein Tiefkühlfly. Schönen Dank. So, und jetzt noch unser Gemüse, die Rückfracht und dann ab nach Hause. Rückfracht? Ja. Schlecht, Gemüse weg? Sieh zu spät. Sieh nicht zu spät. Wir können Rückfracht abholen bis nachts um zwei Uhr. Da steht's und jetzt ist gerade Mitternacht. Stimmt, bis zwei Uhr nachts. Aber es ist doch Nörsttag. Heute ist Freitag. Gemüse weit weg. Alles wegen deinem blöden Schatz. Ohne Rückfracht kriegen wir keine Prämie. Und ohne Prämie haben wir keine Knete. Na ja, ich wüsste vielleicht schon einen Weg, wie wir noch an unsere Prämie kommen. Ich wüsste wieder an deinen blauen Diamanten, wa? Der sieht ja noch schlimmer aus, als vor zwei Tagen. Ich glaube, der hat den Führer schon auf der Baumschule gemacht. Bitte mal den Wagen, lieber. Pani Marciniak! Spokojnie, 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 spokojnie. No, wszystko przez was! Po coście tu przyjechali? No, po co? Po co takich jesz? Spokojnie, Pani Marciniak! Sie müssen ihr verzeihen. Es ist ein großer Schock für Sie. Was ist denn los? Sie sollen hier irgendwas deponiert haben. Und Ihr Chef war gekommen, um es abzuholen. Er hatte dann mit Herrn Marciniak den von Ihnen zugeschickten Konjak getrunken. Konjak? Von uns? So, habe ich gehört. Er muss ihm auch Geld gegeben haben. Denn Marciniak und Ihr Chef sind dann betrunken gefahren. Und sie sind nicht hingekommen. Macie, Macie, doch, wieschcie! Wieschcie, te wszystkie, jecie, sonja, jak najszybciej, już! Już, jak najszybciej, sonja! Nummer 13. Ja, das macht er nicht. Der Schatz ist doch weg. Mach auf. Aber vorsichtig. Na, du alter Schwede. Na, ist noch alles dran? Oh, Trüe. Da ist er ja. Unser einmal gerade, einmal krumm. Hallo, Kamerad. Hast dich aber schwer verändert. Ja, hast dich ein bisschen verändert. Macht aber nichts. Dafür habe ich es in ganz vollen Wagenheber mitgebracht. Nicht aufrengen, schön liegen bleiben, gesund werden. Euer Sukwiate. Deine Weiß? Nur Blumen. Oh, Entschuldigung. Immer rüber. Tut mir leid. Ich dachte, Sie kennen das Mitnehmen. Das lag in dem Auto Ihrer Chef. Nee, nee, danke. Ja, aber weißt, das lassen wir sausen, das nehmen wir mit. Hast du schon wieder vergessen, was der Wunderheiler gesagt hat? Na ja. Na ja. Guck mal, wie die beiden aussehen. Nee, nee. Nehmen Sie mal wieder mit. Ich will das auch nicht. Nein, auch nicht hier im Zimmer. Nehmen Sie es mit aufs Präsidium und tun Sie es da in Versor. Widerschirm. Danke. Klingt doch schon wieder ganz gut. So, Lerner. Der Wunderheiler hat aber echt einen Durchblick gehabt. Ja, Durchblicken ist so ähnlich wie Hellsehen. Das ist nochmal so. Ja? Du blickst jedenfalls nicht durch. Das ist nochmal ganz gut. Musik Musik